Ihr kennt bestimmt alle Anime-Crossing und die schwungvollen Bewohner. Darunter sind ziemlich viele, zum Beispiel Bettina. Darunter aber auch Birte, Annabelle, Knuspy, Agnes und Katharina. Darunter gibt es jedoch noch viel mehr. Aber ihr habt bestimmt schon mal einen Brief von diesem Nachbar bekommen. Ja, zum Beispiel von einem schwungvollen Bewohner. Ich nenne dieses Beispiel jetzt mit Tanja. Tanja hat mir diesen Brief hinterlassen. Ich habe in der Schule Zettelchen geschrieben. Da stand drauf, ich hasse Pop. Aber das stimmt gar nicht. Ich wollte nur Lena beeindrucken, die Prok-Rock mag. Was ist das überhaupt? Echt mal, Tanja. Und bestimmt denkt ihr euch gerade, dass das voll normal ist. Aber wer ist jetzt Lena? Auf Google steht nirgends Lena. Es ist nur die Annalena. Hier sieht man Annalena ganz deutlich. Aber wer ist dann Tanjas Freundin, wenn es nur eine Annalena gibt und keine Lena? Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mehr solche Videos wollt, dann schreibt das mal in die Kommentare. Lasst ein Like und Abo da für mehr geheimnisvolle Animal Crossing Videos. shocks erwähnen. Ich Educate euch mit Ihnen, wenn es keine Ahnung ist. ��